Michl, Michl, ich baue nochmal ein und fahre mit'n leiter Wagen zum Berger Pauli rum und halte die alten Kisten, die der von mir noch getrennt hat. Kisten seite ich halten? Ja, da weiß ich noch gar nichts davon. Das glaube ich schon, dass du das noch nicht weißt, drum sage ich das ja. Ja, weiß das der Berger Pauli, dass ich die Kisten holen soll? Woher soll denn der das wissen? Das zwäng schick ich dir auch um, dass du es ihm sagen sollst. Ja, wenn aber der Berger Pauli nicht daheim ist? Ja, wenn der Berger Pauli nicht daheim ist, kannst du es ihm natürlich nicht sagen. Aber seine Frau wird schon da sein. Soll ich dann die Frau Berger, soll es der Frau Berger noch sagen? Ja, freilich. Ja, die Frau wird halt auch nicht wissen, wo die Kisten sind. Das weiß ich natürlich auch nicht, ob die das weiß. Was soll ich noch tun, wenn sie die auch nicht weiß? Das weiß ich auch nicht. Dann musst du halt warten, bis der Berger Pauli kommt. Wenn aber der Berger Pauli nicht kommt, soll ich dann seine Frau fragen, wie lange ich warten soll? Fragen kannst du ja. Nein, Mann, es ist besser, ich fahre morgen um mich. Da ist der Pauli vielleicht sicherer daheim als wir heute. Gehreit doch nicht so saudumm daher. Morgen, morgen ist er vielleicht noch weniger daheim als wir heute. Jetzt kann ich mich nicht mehr aus, soll ich heute fahren oder morgen? Einspannen tust du jetzt. Dann fährst du mich und wenn du die Kisten nicht kriegst, dann fährst du mit dem leeren Wagen wieder daheim. Nein, das tue ich nicht. Wenn ich schon einspanne und lieber fahre, dann nehme ich die Kisten auf alle Fälle mit. Spazieren fahren tue ich nicht. Na, spazieren fahren brauchst du ja auch nicht. Denn wenn der Berger Pauli oder seine Frau daheim ist, nachher kriegst du ja die Kisten. Denn die Kisten gehören ja mein. Weißt du was, Bauer? Ich spanne nicht ein, ich gehe jetzt erst persönlich um mit seinem Berger Pauli und frage, ob er daheim ist. Sag dir ja, dann gehe ich heim, spanne ein, fahre um mich und hole die Kisten. Das ist ganz verkehrt. Denn wenn du schon rübergehst, nachher kannst du ja auch gleich rüberfahren. Denn wenn der Pauli daheim ist, kriegst du ja die Kisten. Nachher stehst du da und hast keinen Wagen und tragen kannst du die großen Kisten auch nicht. Ja, ja, da hast du schon recht, Bauer. Aber wie gesagt, der Pauli könnte ja auch nicht daheim sehen, was nachher. Ganz einfach. Wenn er wirklich nicht daheim war, nachher steckst du ihm ein Zädel am Tür an, dann weiß der Pauli, dass du da warst. Jetzt das mit den Zädeln, das verstehe ich nicht, weil wenn doch der Berger Pauli nicht daheim ist, dann kann er doch den Zädel nicht lesen. Rimpfig, saudumst. Freilich kann er den Zädel nicht lesen, wenn er nicht daheim ist. Aber wenn er kommt, kann er lesen. Ja, wenn er kommt, wenn er kommt, brauche ich doch keinen Zädel nicht, dann kann ich es ihm doch das Geil selber sagen. Wege der Kisten. Bläder, und bläder, du kannst ja nicht so lange warten, bis er kommt. Ja, meh, das kommt drauf an, wo er hingegangen ist. Der kann lang ausbleiben können, aber dann glaube ich, der da ist er auch. Jetzt pass einmal her auf, Michael. Die Geschichte ist ganz einfach. Wir schreiben jetzt ein Zädel, tu einmal den fetzen Papier her, der wo der am Boden liegt. Ja, aber ich habe schon gesehen, da liegt der da. So, da ist ein Bleistift, da schreibst du jetzt auf. Ja, war da, da, zwegen den Kistenholen. So, und jetzt spannst du ein und fahrst zum Bergerpaule um. Ist er daheim, nachher ist es recht. Ist er nicht daheim, ist die Frau daheim. Und ist die Frau auch nicht daheim, steckst du den Zädel an dir ohne. Das ist auch nicht das Richtige. Weil wenn sie alle zwei daheim sind, dann haben wir den Zädel um sie uns geschrieben. Sapper mit, auf das habe ich jetzt nicht gedacht. Weißt du was, Bauer, schön gehen doch die paar alten Kisten, da haben wir so, so viel jahre jetzt gelungen daheim. Von mir aus schön gesehen. Ja, und den Zädel? Den zerreißen wir. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. Ich glaube, weil wir die Zgas wieder sind. Ich glaube, da sind ja. du bistynd Aus daughters